Warum ist B2B-Vertrieb so hart und so frustrierend? Was separiert die Rocket-Chip-Unternehmen von denen, die einfach nur so dahin plätschen? Und warum verschwenden so viele smarte Unternehmer so viel Zeit und Ressourcen, ohne das Sales-Problem jemals zu lösen? Mein Name ist Philipp Ströhmann. Und mein Name ist Christoph Erler. Wir sind die Co-Founder von comics.io. Wir helfen seit mehr als acht Jahren, B2B-Unternehmen mit den komplexesten Services und Produkten, ihre Sales-Units zu automatisieren. Und wir können B2B-Sales-Probleme auf drei Punkte zusammenfassen. Die meisten B2B-Unternehmer gewinnen ihre ersten Kunden durch ihr persönliches Netzwerk. Nach ein wenig Traction und ein paar Deals ist ihr eigenes Netzwerk aber ausgeschöpft. Sie fangen an, komplette Abhängigkeit zu ihren Bestandskunden zu entwickeln. Diese Abhängigkeit lenkt sie ab von New Business Sales. Und ohne klare Prozesse zu definieren, die vorhersehbar neue Kunden gewinnen, wird jede Form von Delegation oder Skalierung scheitern. Zweitens B2B-Unternehmer scheitern an ihren eigenen Angeboten. Ihre Lösungen sind dermaßen komplex, sodass jeder Deal anders abläuft. Somit muss der Chef immer mithelfen. Somit wird die Geschäftsführung zum Flaschenhals für den Vertrieb. Man muss sich teure Fachkräfte leisten und die haben keine Lust auf keine Krise. Schließlich, die meisten B2B-Unternehmer brauchen Monate, wenn nicht sogar Jahre, um einen Neukunden zu gewinnen. Von Legal zu Procurement und wieder zurück. Entscheidungen brauchen ewig, da die eigene Lösung so komplex und erklärungsbedürftig ist. Diese überlangen Sales-Zyklen gehen auf die Kosten. Und beim Nachrechnen merkt man, dass man ohne Bestandskunden die eigene Vertriebsmannschaft nicht unterhalten kann. Bei COMICS.O sind wir begeistert von B2B-Sales-Prozessen und dem Aufbau von hyper-profitablen Unternehmen mit komplexen Produkten und Services. Unser Mantra ist Cashflow-Effizienz. Geht nicht, gibt's nicht. Und wenn unsere Kunden im ersten Jahr eine Million Neukundenumsatz durchbrechen, dann fangen wir erst richtig an. Top B2B-Unternehmer aus ganz Europa arbeiten mit der COMICS-Plattform, um ihre Sales-Operations vorhersehbar zu machen. Sie verabschieden sich von Coldcalling und dem Sales-Problem. Sie erreichen nachhaltiges Wachstum ohne das Risiko von Investoren oder Krediten. Sie vertreiben Lösungen an ihre Kunden, welche wirklich Probleme lösen. IT-Beratungsfirmen wie Reseller von IBM, Kaspelsky und Red Hat Produkten. Management-Beratungen, die sehr stark in der Nischen spezialisiert sind. Einige der schnellst wachsenden Software-as-a-Service-Firmen Europas. Und Maschinenbau- und Mechatronik-Firmen, die die neuesten Megatrends wie 3D-Druck realisieren. B2B-Firmen mit den komplexesten Produkten und Services kommen zu uns, um den Sales-Unit endlich in den Griff zu bekommen. Hunderte von erfolgreichen Fallstudien, Dutzende von Millionen von Neukundengeschäften jedes Jahr. So einen Track-Rekord haben Sie noch nie gesehen. Was passiert, wenn man mit Comix.io anfängt zu arbeiten? Zunächst identifizieren wir Ihren idealen Kunden und die Kommunikation, auf denen diese anspringen. Wir gehen in Ihre Landing-Pages, Ihre Copy und sogar in Ihr Sales-Script. Innerhalb von Tagen werden sich Ihre Kalender mit relevanten Sales-Meetings füllen. Als nächstes analysieren wir die Performance Ihres Sales-Teams mit der Comix-Engine. Durch konsolidiertes Marktfeedback sind Sie in der Lage, Ihr Angebot so anzupassen, dass Ihre Sales-Zyklen teilweise auf 14 Tage verkürzt werden können. Und das Ganze ohne Ihr Produkt zu verändern. Von hier installieren wir einen wasserdichten Sales-Prozess mit Ihrer derzeitigen CRM-Lösung. Unser Team verwandelt jede langweilige Lösung in eine absolute Sales-Maschine. Und Sie werden in der Lage sein, zu delegieren und zu automatisieren. Innerhalb von Wochen werden flache Sales-Pipelines Millionen schwer. Hochpreisige Kunden kommen herein auf Knopfdruck. Und Ihre Sorgen um die Kaltakquise gehört der Vergangenheit an. Egal von wo Sie starten, we can make it happen for you. Wenn Sie Sales selbst machen, füllen wir Ihren Kalender, sodass Sie sich auf die Abschlüsse konzentrieren können. Wenn Sie Ihren ersten Vertriebsmitarbeiter anstellen, sorgen wir dafür, dass es kosteneffizient und erfolgreich abläuft. Wenn Sie bereits ein Sales-Team haben, sorgen wir dafür, dass jeder Ihrer Kollegen fünf bis zehn relevante Sales-Meetings pro Woche hat. Wir stehen hinter unserem Wort zu 100 Prozent und garantieren diese Resultate. Wenn Sie profitables Wachstum für Ihr Unternehmen wirklich ernst meinen, Ihre Lösung einen wahren Mehrwert für Ihre Zielgruppe darstellen und Sie mit den besten B2B-Experten von Amazon, Google oder Accenture daran arbeiten wollen, dann bewerben Sie sich jetzt hier, um Ihre Sales-Pipeline von unserem Team assessen zu lassen. Wir können nicht mit jedem Unternehmen arbeiten aufgrund von unserer Kapazitäten. Also wenn Sie wirklich Ihr Sales-Problem lösen wollen, dann ist es Zeit, jetzt damit anzufangen. Bis zum nächsten Mal.